Im Gildenkampf gegen einen Braunbären. Aha, haben wir den gewonnen? Ich war auch dabei. Oh, der Titan hat uns niedergerungen. Scheiße. Na gut, wir waren stets bemüht. Da queue ich auch nochmal mit rein. Sehr gut, sehr gut. Hast du nur WoW-Fragen oder auch Nerd-Fragen an sich? Momentan nur WoW-Fragen. Momentan sind wir beim WoW-Quiz. Wenn wir das durchhaben, dann habe ich von Chloa noch ein weiteres Nerd-Quiz-Buch. Ich würde es jetzt aber ungern alles durcheinander mixen, sonst kommen wir gar nicht mehr klar. Darum, Dream. Da sehe ich dich aber beim WoW-Quiz, hör mal. Als Experte der alten Schule, oder? Na sicher. Sagen wir mal noch ein bisschen EP hier ab und dann... Jo, alles klar. Dream fühlt das komplett, ne? Sehr, sehr gut. Dann können wir unsere Festung vielleicht gerade mal noch ausbauen. Und dann wollte ich ja ein bisschen aufs Tor gehen. Und allzu viel ist gerade mit meinem Main auch gar nicht zu machen gerade. Weil ich war schon fleißig, bilde ich mir ein. Genau. Darum ist gar nicht viel zu gucken. Vielleicht kann ich noch was in die Toilette hauen. Ne, war auch schon, ne? Kacke, habe ich auch schon gemacht heute. Ja, weil ich immer morgens, ne? Weil ich immer morgens um drei spiele. Oder um zwei, um eins, whatever. Und dann vergesse ich über den Tag immer, was ich schon gemacht habe. Ist auch ein geiles System, oder? Tolles System, um sich selber in den Wahnsinn zu treiben. Sehr gut. Dann gehen wir mal auf unseren Baden. Haben ganze 13 Gold verdient. Ja. Das ist gelebte Arbeitsmoral. Können wir noch ein bisschen freidrehen. Und dran denken, liebe Leute, wenn ihr... Wenn ihr ebenfalls auf EU6 anfangen wollt, dann haben wir einen wunderbaren Code für euch. Und dieser Code ist einfach hier oben einzugeben. Er hofft das Plus bei den Pilzen. Und keine Sorge, ihr kauft hier nicht irgendwas, ne? Random durch diesen Klick. Sondern ihr müsst hier dann runter zum Coupon einlösen. Da drückt da drauf, gebt da ein. CouponCraft12354-EU6. Und bekommt dann so ein Startpaket mit einem Reitier, ein paar Lucky Coins und so einen Trank des ewigen Lebens. Heißt es ja, glaube ich. Ja, kann man also durchaus ein bisschen reinschallern. Ansonsten mit Ausrufezeichen Shakes. Genau, alle Infos, soweit abrufbar. Und wir wollen einfach wieder ein bisschen reinleveln. Ein bisschen gucken, wie es mit dem Baden läuft. Und vielleicht dann auch hier mal Richtung Dungeons & Co. gucken. Aber da weiß ich noch nicht, wie es mit dem Kollegen aussehen wird. Und weil ich auch vergessen habe, wie es mit dem anderen am Anfang war. Naja, das Gedächtnis war so viele Games. Immerhin weiß ich noch meine Login-Daten. Oder auch das werden wir demnächst herausfinden. Gebe mich heute dann wieder freudig mit Leib und Seele dem ewig hungernden Gott der Quizfragen. Manche würden sogar sagen, dieser Gott ist alt. Aber ich versuch's. Ja, uralt, ne? Schon in Stücke zerbrochen. Was hat Dream noch gesagt? Alte Schule, aber dann kommt eine Frage aus Dragonflight. Da dürftest du Glück haben. Genau, das Quiz geht nur bis MOP. Also, dat müsste schon hinhauen, ja. Dat müsste hinhauen, Dream. Dat wirst du rocken. Ich weiß aber gar nicht, wer vorhin der Erste war. Seppo, Junge, guck hier, dat Internet. Hallo. Da läuft es wieder. Hallo. Ja, moin. Einwandfrei. Aber da Dream noch gar nicht war. Und Grotzig, glaube ich, auch noch nicht so häufig war. Hätte ich einfach mit euch beiden jetzt mal angefangen. Weil Snowy und Shion und Seppo sind ja quasi Veteranen schon, ne? Ich hätte jetzt Dream einfach als Ersten genommen und dann Grotzig, wenn ihr Bock habt. Und dann würde ich mal eine schöne Karte ziehen. Und dann gucken wir, ob es neue alte Legenden gibt. Oder ob die neuen Legenden dazu gemacht sind, um in Stücke zu zerbrechen. Seppo, geh weg, Junge. Direkt der Vertriebene, ne? Wahnsinn. Okay, Dream. Ich zieh mal eine schöne Karte. Kontrollier die ja vorher immer, dass wir nicht allzu viele weirde Fragen haben, die dann vielleicht ein bisschen zu krass sind. Ich glaube, die ist zu krass für Dream. Ich glaube schon, die ist ja richtig böse. Aber das könnte passen. Ne, da ist auch eine richtige Asi-Frage dabei. Bruder, dir legen wir schön für die anderen drei gerade hin. Ja, weil manche Fragen sind halt, ja, total easy. Die kannst du beantworten, wenn du noch nie WoW gespielt hast. Und andere sind so, wie viele Beine hat Jesus? Ja, und dann denkst du dir, was ist jetzt los? So, aber die hier, die sieht, glaube ich, gut aus. Die könnte man probieren. Ja, Dream. An die wagen wir uns mal ran, wir beide. Ich bin gespannt, sage ich. Bin gespannt, ja. Wie viel Schaden hat die Waffe genau? Du spielst also WoW? Du nennst dich WoW-Fan? Nenne jede Waffe, die droppen kann. Akriton mit der 17. Vielen lieben Dank. Jetzt ein Meshake mit Sahne und Schokoflocken. Eiskalt. Geil. Auf jeden Fall schmecken lassen. Sehr, sehr nice. Sorry, war kurz beim Kind, aber bin wieder da. Aber noch nicht dran. Oder nee, Dream haben wir jetzt eiskalt vorgezogen. Aber nach Dream, Grotzweg, da ist dann auf jeden Fall dein Moment. Lassen wir doch gerade gucken, dass ich jetzt hier auch die richtigen Karten wieder finde. So, und dann, Dream, starten wir nämlich. Du bist Informatiker. Nenne mir jede Information, die du hast. Ehre. Okay. Erste Frage. Aus der gefürchteten Kategorie Geografie. Sie lautet, düster Bruch liegt in welcher Zone? Und das für Geografie, wenn man jetzt länger nicht aktiv WoW gespielt hat, schon ein bisschen tricky. Aber ich glaube, das kann man sich gemerkt haben. Dream, düster Bruch liegt in welcher Zone? Wir sind höchst gespannt, während ich ein Monsterhäschen richte. Okay. Das waren ja geisteskranke Soundgeräusche, Junge. Bin ich mit meinen Berserkern hier gar nicht gewohnt. Aber wie es so ist, Zone, ja, in welchem Gebiet? Er ist beim Überlegen, ne? Bei Dream pumpt jetzt das Blut. Ich suche jemanden für ein Abenteuer. Ach, der gering, 510. Mehr EP, Bruder, rein da. Wir wollen die EP. Büsterdruck wäre auch geil. Düsterbruch in Büsterdruck. Ich glaube, wenn sie das gebracht hätten, dann wären wir heute noch alle viel geisteskränker. Weil dann hätte es Gilden gegeben, die so gehießen hätten. Und das wäre so ein omnipräsentes Ding. Ja. Das setzt du immer im Kopf, so wenn du Abitur schreibst oder irgendeine Prüfung absolvieren musst, auch im Handwerk. Wenn du irgendwas herstellen musst, auf einmal hast du nicht mehr die richtigen Maße im Kopf, sondern alles, woran du denken kannst, ist Büsterdruck in Düsterbruch. Und dann bricht es einfach vollends zusammen, weißt du. Dann splittert so die ganze Realität um dich herum. Ah, scheiße. Welchen Angriffswert hat der Apollyon, der Seelenspalter, zu BC, wenn man die Waffe mit Kreuzzügel verzaubert hat? Bei aktivem KR und Windzorn, ja. Ein bisschen anstrengend, ne? Da bin ich raus. Glaube, das war auf Kalimdor. Aber genauer kann ich es nicht sagen. Schade. Feralas wäre es gewesen, Dream. Feralas. Aber, ja, es ist schon so eine Zone, mit der man eigentlich nicht viel zu tun hatte. Muss man einfach mal so sagen. Wer war denn häufig in Feralas? Ja. Das grenzt an Andesolas oder wolle es eigentlich noch weniger hin. Darum verständlich, ja, dass man da ein bisschen schwächelt. Das kann man durchaus verstehen. Aber die zweite Frage, Dream, die kriegst du hin. Und zwar die Frage, Schlacht, Droh und Befehl sind alles Arten von. Also, um das vielleicht noch ein bisschen einzukreisen, da fehlt jeweils noch ein Wort. Und, ja, das sind quasi die Artbegriffe einer gewissen Kategorie von Fähigkeiten. Und da fehlt jeweils die zweite Worthälfte, wenn man so möchte. Und diese suchen wir. Schlacht, Droh und Befehl. Was können wir damit anfangen? Wenn man da keinen Mock holt, dann kenne ich es nicht. Oder scheiß mal auf die Ogre da mit den komischen Echsen. Wir distanzieren uns. Gronial mit dem sechsten Monat. Vielen Dank. Bye, bye, Werbung. Prime ist übrigens kostenlos, habe ich gelesen. Das hast du absolut richtig gehört. Jawohl. Vielen Dank. Dream sagt Aggro-Spells. Ja, Spells schon. Spells, da bist du in der richtigen Richtung. Aber kannst du das noch spezifizieren? Wer nutzt denn? Und wie diese Schlacht, Droh und Befehl, was auch immer es sein könnte. Ja, vielleicht Tänze oder Arten, jemanden zu bitten. Das ist ja auch toll. Mensch, imagine. Bist endlich Level 70 und bekommst neue Arten, jemanden zu bitten. Das ist das wahre Welt-der-Kriegskunst-Erlebnis. Da bin ich ganz bei Tänze. Kriegerspells, ja, die Rufe. Genau, die Kriegerrufe. Schlacht, Droh und Befehl. Gucke, der Dream, der wird wach jetzt langsam. Wir schütteln den und rütteln den. Und dann fällt die Antwort vom Baum. Hoffe ich. Sehr, sehr gut. Dann kommen wir zur dritten Frage. Und da bin ich mir sehr sicher, dass sie jeder sofort beantworten kann, der mehr als zwei Streams geschaut hat. Nur ich selber nicht mehr, weil anscheinend ist er zu schwierig, drüber nachzudenken und das dann auch noch auszusprechen. Die Frage lautet, welcher magische Strom wurde geschaffen, als der erste Brunnen der Ewigkeit implodierte? Der Mahlstrom, jawollow. Ich habe Dream auch nach wie vor als Schamane in Erinnerung. Und das natürlich, ne, das war zu Hause der Wechselstrom ganz genau. Ey, da habe ich damals so reingeschissen, ja. In Physik, ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet, solche Steckplatten. Und auf diesen Steckplatten musste man dann verschiedene Überbrückungen und so, ne, irgendwie raufstecken und dann gucken, wie fließt der Strom. Das habe ich null verstanden. Ich weiß noch, ich weiß noch, wie ich zu dieser Zeit in so einem Physikzusatzkurs war, die wir, ja, so auf Wahlpflichtbasis machen konnten, ne. Da war dann sowas wie Informatik oder Basisjura oder eben Physik. Und all meine Freunde wollten in diesem Physikkurs, weil das eben zu 90 Prozent Experimente waren. Da das bei demselben Lehrer war, wo wir Normalphysik hatten, gab es für uns alle auch noch eine Eins zusätzlich. Also das war auch ganz geil. Und ich war so bad. Ich hatte keine Ahnung, was wir tun. Meine beiden Freunde waren totale Physikgeeks, ja. Und die haben mich eigentlich immer nur gecarried so. Und sobald ich irgendwas machen musste, war es totale Scheiße, Junge. Und auch mit diesen Stromsteckplatten, keine Ahnung, war ich einfach zu dumm zu. Und dadurch, dass ich aber in diesem Kurs war, ja, dadurch, dass ich in diesem Kurs war, war es halt manchmal so, dass der Lehrer es nicht geschafft hat, bei allen diese Praxissachen zu kontrollieren, wenn Fragen waren. Und dadurch sollten wir drei während des normalen Unterrichts bei den anderen langgehen und so tutorenmäßig, ja, quasi korrigieren, wenn die was falsch hatten. Dann wurde ich halt gerufen von zwei damaligen Freundinnen, die zusammengearbeitet haben. und die meinten so, ja, bei uns fließt der Strom nicht und du kannst mir mal zeigen, wie das richtig geht. Und dann habe ich irgendeine Scheiße da zusammengesteckt. Eigentlich bis heute merkwürdig, dass es nicht explodiert ist. Ja, und meinte so, ja, probier jetzt mal. Und dann hat sie halt angemacht und es ging nicht. Und dann guckten sie mich so an und ich so, ja, na ja. Und dann bin ich einfach weggegangen. Junge, also wenn ihr je Fragen habt, ne, zu irgendwelchen Stromproblemen, Autobatterie oder so, ne, Verkabelung, wenn er ein Haus baut, dann fragt auf jeden Fall jeden Menschen auf dieser Welt, aber nicht mich, weil ich kann dann kommen, die größte Scheiße produzieren, das Haus explodiert, ich sage ja, na ja und gehe, ja. Ich meine, wenn ihr das so haben wollt, das Paket kann ich euch auf jeden Fall schnüren, aber das ist dann auch best I can do. Ich werde halt diesen Blick nie vergessen, wie alle fest davon überzeugt waren, dass ich jetzt ein halber Elektriker bin, weil ich diesen Ghost besucht habe und dann mache ich da die größte Scheiße, Junge, ist einfach geil, absolut geil und sehr bezeichnend für meine gesamte Physikerlaufbahn, ja. Als Elektriker, genau. Also was ich noch könnte, wäre bei Alexander Markus, bei dem Lied Elektriker im Hintergrund tanzen, ja, aber mehr ist wirklich nicht drin. Ah, Junge, na ja. Was hat Tame noch gesagt? Strom fließt immer kabelaufwärts, ist doch klar, kommt unten am Haus an und geht auch bis ins Dach. Physik durchgespielt, ja. Das kommt ungefähr meinen Kenntnissen entgegen. Sehr gut. Gut, Freunde, das zu dieser Elektriker-Geschichte. Wir kommen zu einer weiteren Frage, die bestimmt ähnlich wie die gerade kein Problem für Dream ist. Sie lautet, die Todeshauch-Rüstung ist ein Rüstungsset für welche Klasse? Welche Klasse hat die Todeshauch-Rüstung? Und wir wissen, diese Sets, die sind in der Regel schon, ich sag mal, mit klaren Hinweisen gespickt. Aber manchmal wollen sie dich auch verarschen. Wir hatten auch schon einige, die hatten mit Blitzen und so zu tun, dachten alle Schamane war dann Paladin oder so, ne, weil waren Himmelsblitze oder so. Dream sagt Leder, ja, kannst du spezifischer werden. Die, die spielbare Klasse quasi betreffend. Die Todeshauch-Rüstung, also bis schon in der richtigen Richtung. Aber, das brauchen wir noch ein bisschen genauer. Darum, Schurke halt, hab an die Rüstungsklasse gedacht. Genau, ist der rogige Rogue mit dem Todeshauch. Ja, guck ja, einige dachten, nämlich auch Decade zum Beispiel, ne, Todeshauch könnte auch sein. Da hat man dann vielleicht den Vorteil, dass man es damals gehört hat, Blitze aus dem Himmel, ja, schon so, ja, lichtbezogen dann, ne, wie so ein Naru, der mit heiligen Blitzen aus dem Himmel schießt oder sowas. Aber es ist halt auch ein Fantasy-Game, Darker, ja, Blitze aus dem Himmel, also, es wird immer verrückter. Ich sag dir das. T5, glaube ich, auf jeden Fall was Frühes, ja. Auf jeden Fall was Frühes vom Schurken. Gucke, Dream hier, der Rogue-Experte, geil. Dann kommen wir ja direkt zur nächsten Frage. Blitze aus dem Arsch, das wäre auch eine interessante Rüstung, hör mal. Das ist dann eher wieder was fürs Goldhain-Gasthaus, ne. Da sind solche Praktiken bestimmt häufiger zu finden. Die nächste Frage, sie lautet. Wie lautet der Name des Frostwürms, den man in der Eröffnungsfilmsequenz von Votika sehen kann? Wie lautet der Name des Frostwürms, den man in der Eröffnungsfilmsequenz von Wrath of the Licht King sehen kann? Glaube, das weiß man. Syndra Gosa, absolut richtig. War ich mir lange Zeit nicht sicher, ob sie das wirklich ist oder ob es Tatjana ist, genau. Ob es der entfesselte Zorn der beiden Damen war, bei denen ich in Sachen Elektronik reingeschissen habe, ja. Aber das hätte so viel sein können, so große, wütende Manifestationen. Elfriede, Elfriede der Drache finde ich auch gut. Wie bei dieser Schweizer-Deutschen-Herr-der-Ringe-Parodie. Ulrike das Schwert, sehr gut. Tabaluga wäre auch geil. Schade, dass es da keine Tabaluga-Parodie von gibt, oder? Aber da war das Internet noch nicht so groß, da waren die Bearbeitungsprogramme noch nicht so fett. Sonst hätte es safe, so wie mit Patrick und dem Ashbringer und so, hätte es dann Licht King Cinematic Intro mit Peter Maffay und Tabaluga gegeben, oder sowas. Ey, Mann, vermisse ich ja ein bisschen, ne? Frechheit. Könnte auch Zitterwurm sein, aus dem Dungeon, der die Kriegerschuhe nicht droppt. Das hast du aber verwechselt. Den Zitterwurm hast du in der Hose, Dream Zitterschlund ist das in der violetten Festung, ganz genau. Den durfte man dann farmen für die verdammten Kriegerschuhe. Ja, da ist er wieder wach, ne? Da gibt es dann das T-Mock, da ist er am Start. Ja, kommt man durcheinander, beide sind kalt, ne? Und haben einen frostigen Atem, deswegen lieber nicht zu nah ans Ohr lassen, ja? Lieber nicht zu nah ans Ohr lassen. Okay, das bedeutet, wir nähren uns der finalen Frage. Deine Mom, Junge, deine Mom ist ein Frostwurm. Ja, so sieht es aus. Und die letzte Frage ist, wie lauten die Namen von zwei der fünf sekundären Orte auf der Insel der Eroberung? Oh, das Schlachtfeld natürlich. Wie lauten die Namen von zwei der fünf sekundären Orte auf der Insel der Eroberung? Also die Punkte, die man dort einnehmen kann. Boah, das ist böse. Arati-Becken hätte ich sofort gewusst. Aber wann war ich zuletzt Insel der Eroberung? Da muss ich jetzt so ein bisschen mein eigenes altes Gameplay in Gedanken durchgehen. Das ist doch so... Dream sagt gleich, ist er raus. Ist er raus. Wo sind unsere PvPler? Da kriegen doch sicherlich einige zwei zusammen, oder? Ich hätte auch noch zwei zusammen bekommen, aber mit Ach und Krach muss ich gestehen. Also da hätte ich tatsächlich auch jetzt wirklich in Gedanken zurückverfolgen müssen, wo bin ich früher als Ali so lang? Wo wurden immer die Ings angesagt? Ja, und all sowas. Craft wird neuer Oppenheimer, ja. Mit so einer Stecktafel aus dem Physikunterricht, ne. Als die Stunde vorbei war, bin ich aufgestanden, hab nur gesagt, jetzt bin ich der Tod geworden und bin gegangen. Man kennt ihn. Raffinerie und Docks, Steinbruch, genau. Gucke, gucke, gucke. Ein paar haben das parat. Auf meiner Karte steht Raffinerie, Steinbruch, Docks, Hangar oder Werkstatt. Jawollo. Da hatte man ja auch Schlachten, ne. Da sind viele ganz links hin, wollten mit der Allianz gleich diese Gelevenschleudern holen. Und manchmal ganz in die Mitte. Ich war immer gern auf dem Luftschiff, da ist mir keiner auf den Sack gegangen. War schon schön. Insel, hab ich doch gern gespielt, aber lange her. Lange her. Scheiße, ey. Es gibt ein richtig geiles Lied aus Uldua-Zeiten. Kennst du das? Meinst du diese Songparodien? Da gab's einen Track, der hieß richtig Uldua, ne. Den hab ich auch damals gefeiert, ja. Wo es darum ging, dass endlich Uldua rauskommen muss. Haben sie einen zweiten Teil gemacht sogar. Wo Uldua jetzt in Vodekar rauskam, hab ich neulich erst gesehen. Hab ich früher hoch und runter gehört. Die ganzen Nim, Gigi, Druid Boys und Decision und wie sie nicht alle hießen, ja. Der Azerothian Six haben sie sich genannt. Und Ember und Charme sind einige ja heute noch aktiv, andere gar nicht mehr. Wieder andere machen sehr weirde Videos. Aber war ich zu dieser Zeit auch voll drin und gönne ich mir heute auch noch manchmal, ja. WoW-Songparodien? Beek. Sehr wilde Zeit gewesen. Immerhin wird nicht Strand der Uralten genommen. Also, das BG, ja, der ist ja raus, ne. Der Strand, stimmt. Den fand ich eigentlich auch immer ganz cool, Junge. Fast verschluckt hier, scheiße. Das Wissen von Dream hat mich heimgesucht, aber ich hab's überlebt. Ja, hast du aber gut gemeistert, mein Lieber. Das hätte doch deutlich schlimmer kommen können. Stabil. Und wir hatten, wir hatten damals ja mit den Bomben dann immer noch die Chance, was rumzureißen. Da hatte ich auch Freude mit, ey. Beim letzten Tor immer versuchen, die Leute abzufangen, die da einzeln mit Bomben was sprengen wollen. Und dann war es aber freigelegt, das Relikt und dann noch fünf Sekunden bloß irgendwie hin und noch anklicken. Irgendwas, was man da für Runden hatte, ne. Ach, du Scheiße. Meine armen Nerven, sag ich. Meine armen Nerven. Wenn ich die Frage bekommen hätte, hätte ich's nicht gewusst. PvP-Fragen, also, hu. Für den einen natürlich täglich Brot, für den anderen, was war denn PvP nochmal merkwürdig. Nun gut. Grotzig, wenn du da bist, ich würde für dich eine zweite wunderbare Karte raussuchen. Und muss mal gucken, ob wir eine finden, die auch wirklich hinhaut gerade. Ja, ich glaube, ich glaube, die passt. Oh, die ist schön. Da ist die ein oder andere richtig gute Frage wieder dabei. Und die hat nichts mit PvP zu tun. Wir freuen uns. Danke für die Fragen. Ja, danke fürs Mitmachen, ne. Es war mir ein Fest. Grotzig, dann kommen wir zu deiner ersten Frage. Und sie lautet... Es war jetzt Timing mit dem Kampfbeginn. Hör mal. Läuft. Hab, by the way, Druck. Meine Tochter meinte, ich verkacke es eh. Das ist genau der Rückhalt, den man in einer Familie braucht. Ja, fantastisch. Na, da zeigst du jetzt aber, wo der Hammer hängt hier. Ganz einfach. Erste Frage. König Varian Vryn regierte in welcher Allianzstadt? Ich glaube, das ist schon mal ein sicherer Punkt, oder? Von diesem Mann hat man, glaube ich, gehört, auch als Hordler. In welcher Allianzstadt regierte denn seinerzeit der gute Varian Vryn? Übrigens einer meiner absoluten Lieblingscharaktere. Deswegen vermisse ich ihn auch sehr. Aber mittlerweile erkennt man ja in Anduin durchaus... Oder er kannte. Er weiß, wie das nächste Mal aussieht, ne? Wenn man so ein paar Züge der Varian doch sehr ähneln. Sturmwind. Absolut richtig. Vrynthown ist auch geil. Ja, wenn Anduin ein bisschen anders drauf gewesen wäre, ne? Aus so einem kleiner Edge-Lord. Dann hätte so eine Umbenennung vielleicht sogar stattgefunden. Aber tatsächlich, nun ja, Sturmwind. Hatten wir vorhin, stimmt, mit den Kindernamen, siehst du? So, das ganze Leben auf diesen Moment vorbereitet. Sehr gut. Dann können wir gleich zur zweiten Frage springen, die da lautet... Welches Volk von ätherischen Reisenden bieten Spielern ihre Transmogrifikationskünste an? Boah, ich sehe gerade dieses ausgeschriebene Wort Transmogrifikationskünste und kriegst ein bisschen mit der Angst zu tun. Astrale, wie aus der Kanone geschossen, jawollo. Unsere Astralen, deren Welt ja von einem leeren Fürsten, soweit wir wissen, verschlungen wurde. Und ja, da die ja alles so ein bisschen, ich sag mal, sehr akribisch durchkauen, ne? Ist auch von deren Welt und auch deren Körper nicht so viel übrig geblieben. Australier, naja, close. Close an der Stelle. Und deswegen versuchen die sich so ein bisschen körperlich darzustellen, ja? Mit diesen Bandagen und Kapuzen und diesem ganzen Bums. Fun Fact, Insel der Eroberung und Strand der Uralten kamen beide mit Vodka ins Spiel. Und tatsächlich, siehst du mal, so lange her schon, wa? Wahnsinn. Dass er das aussprechen kann, ohne zu stolpern. Bei den Zungenholperern, die wir heute schon hatten, ne? Ist in der Tat frech, was da manchmal passiert. Was nächst du eigentlich am liebsten beim gemütlichen Zocken und Serien gucken nebenbei? Mein Favorit ist ja Pringles Hot & Spicy mit deiner Käsesoße. Die Werbung war nicht beabsichtigt. Lull oder halt ganz klassisch Pombeeren. Pombeeren sind super. Ich hab mich aber, seit ich mit Kino-Käsesoße zusammenarbeite, außer Verzeichen Käse, ihr wisst Bescheid, hab ich mich in diese Popcorn-Sorten verliebt. Ja, nicht nur normales Popcorn, sondern wirklich auch so schokoliertes oder mit Waldfruchtgeschmack oder so Kaffee, Apfel, was auch immer. Weil das ist einfach so geil zum Snacken nebenbei. Bei Pringles, Chips & Co., die gehen natürlich auch immer, aber da hast du immer diese riesige Sauerei an den Händen, ne? Dann liegt noch irgendwas auf der Tastatur. Und ja, beim Popcorn kann auch mal irgendein ungepopptes Korn rausploppen oder so. Das klingt alles sehr fürchterlich. Aber da hält sich auch so der ganze Schnodder auf dem Desktop dann in Grenzen, ja? Oder sei es auf dem Desktop, so auf Tastatur, Maus und Schreibtisch. Und darum bin ich tatsächlich auch gerne Popcorn-Snacker, muss ich sagen, ja? Kann natürlich, je nachdem, welche Sorte man hat, auch ein bisschen in die Hose gehen mit Schokolade und Co., gerade jetzt bei diesen Temperaturen, ne? Aber da hatte ich wirklich, seit ich mich da verliebt habe, deutlich seltener Chips und Co. und vielmehr diese Popcorn-Sorten, ja? Weil es ja mittlerweile auch genügend sind, um da ein bisschen variieren zu können. Ich glaube, wenn es jetzt immer nur Apfel-Popcorn gewesen wäre, dann hätte das auch ein bisschen anders ausgesehen. Dann vergisst du irgendwann, wie ein Apfel so geschmeckt hat, ne? Dann siehst du immer nur das Popcorn. Und ja, deswegen bin ich da mittlerweile zu Hause gedanklich. Schokolade, die in die Hose geht, die Geschichte. Meba mit der 29. Hallöchen. Vielen Dank. Wo soll man am besten Theorienfragen und so für Lawload einreichen? Am besten über Spotify, über dieses Fragen-Feature, das da hoffentlich aktiv ist. Oder einfach auf YouTube. Am besten unter die jeweils aktuellste Folge. Da gucke ich in der Regel auch nochmal drunter. Und da kommt es auf jeden Fall nicht weg. Wenn es irgendwie was Größeres ist, dann könnt ihr es auch über Discord oder über Mail oder so probieren. Aber da besteht dann leider immer auch die Chance, dass es ein bisschen was wegrutscht. Deswegen, wenn ihr das bei den aktuellen Folgen macht, dann ist das auf jeden Fall erst mal safe, dass ich es auch lese und nicht erst in drei Monaten entdecke, weil es in Spam gerutscht ist oder so. Das passiert nämlich leider sehr häufig bei anderen Diensten. Regularen, Hallöchen. Das wollte ich eh schon mal fragen. Seit wann und wo hat Spotify eine Kommentarsektion? Wusste ich auch nicht. Ich habe bei der ersten Podcast-Folge gesehen, dass es das gibt und das benutzt. Dann haben auch ziemlich schnell Leute reagiert. Also irgendwo scheint das aufzuploppen. Ja, ich weiß nicht, wo und wann genau. Weil ich lade es nur hoch und gebe es frei. Aber es scheint zu funktionieren. Und wird sogar genutzt. Grüße gehen raus an der Stelle. Auch an unsere dritte Frage, unsere dritte Frage, die da lautet, Achtung, Grotzig ist dran. Maga-Orcs haben welche Hautfarbe? Oh, das kann tricky sein, aber eigentlich auch etwas, was man mittlerweile mit verbündeten Völkern und Co. ja doch etwas häufiger ins Gesicht geworfen bekommt, als vor einigen Jahren die MOP ja mittlerweile her ist. Oh, tausender EP, Junge, gehen wir rein. Und deswegen, welche Hautfarbe haben Maga-Orcs, glaube ich, kann man beantworten? Hatte dir nämlich über Discord geschrieben, ach siehste, scheiße, aber Spotify habe ich leider nicht. Ja gut, jetzt weiß ich es, dass ich mal wieder in den Spam schauen sollte. Dann finde ich es auch da. Dann könntest du jetzt, wenn du auf super sicher gehen willst, den Kommentar aus Discord einfach kopieren und nochmal auf YouTube drunter knallen. Aber jetzt hast du ja Bescheid gesagt, darum werde ich mal wieder den Spam entlüften. Das ist bei Discord ja sowieso, dass du nicht nur generell Spam hast, glaube ich, sondern auch, wenn man nicht befreundet ist oder auf demselben Server schon interagiert hat, dann bist du auch erstmal raus, dass man das extra bestätigen muss. Und die Sicherheit, ne? Auf der einen Seite super, auf der anderen, wenn du einmal vergisst, da regelmäßig zu checken. Oh oh, mal sehen, wie viel ich entdecke, ne? Ich als Ali, aber denke braun. Jawohl, richtig, die braune Hautfarbe, sowas wie rötlich, hätte ich jetzt auch noch gelten lassen, wobei wir da dann aufpassen müssen, wegen den Kollegen aus der Höllenfeuer-Zitadelle, ja? Aber braun ist auf jeden Fall die korrekte Antwort. Und das von der Allianz-Seite, Freunde, Wahnsinn, was wir hier erleben. Vielleicht haben die auch besonders viel Schokopopcorn gegessen, könnte auch sein. Wenn die Orks ihre Hautfarbe durch Teufelsmagie zu grün ändern können, warum dann nicht über Schokopopcorn zu braun? Weiß gibt es ja auch, ne? Und dann kannst du als Ork bald so komplett in den Farben des Regenbogens rumrennen, wie so Glücksbärchis. Aber ich glaube, das ist keine Richtung, die die meisten Orks dann irgendwie begrüßen würden, ne? Hast du auf einmal so einen pinken Ork mit rumlaufen? I don't know. Zukünftig über YouTube, so halten wir es fest. Jawohl. Danke, Chef. Ich danke dir. Dann, Freunde, kommen wir zur vierten Frage. Und diese vierte Frage lautet Die Fraktionen der Kurenai und Magar bieten welche Art von Reittier an? Und da muss man entweder schon vor einer ganzen Weile gespielt haben oder Mount Farmer sein. Die Fraktionen der Kurenai und Magar bieten welche Art von Reittier an? Also beide dasselbe, aber eben fraktionsgesplittet. Und ich kann mich gut dran erinnern. Natürlich jetzt an die Magar kann man Schluss folgern, ne? Aber Kurenai. Oder Kurenai. Wie oft ich da hingeritten bin zu dieser Zeit, um da den Scheiß zu machen. Hm, oh, 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 ich bleib jetzt sehr unspezifisch, weil sonst natürlich ein kleiner Spoiler dabei wäre. Aber, hm, dann hat sie ins Gedächtnis gebrannt. Ich muss danach graben. Ich muss ein bisschen wühlen, aber es ist noch da, die Erinnerung. Kraft nicht wundern, wollte die Tage per Insta eine Frage stellen, wegen Twitch und YouTube. Ja, mach das. Mach das. Kann, wie eben beschrieben, nur sein, dass es ein bisschen dauert mit der Antwort, ne? In Anbetracht, wo die Nachricht landet und wie viele auch gerade schreiben. Aber an sich früher oder später entdecke ich es dann doch. Das war bestimmt ein Talburg. Genau, in Nagrand. Jawohl, unsere Talburgs sehr schöne Reittiere. Sehr schöne Reittiere. Obwohl ich diese Hochbeinigeren, so kam sie mir zumindest immer vor aus TBC, fast ein bisschen schicker finde als die HD-Modelle, die dann mit WOD reinkamen, ja? Und diese verdammten Perlen, genau. Angriff auf Hala hieß es, glaube ich, ne? Wo man die Stadt da bombardieren musste. Mit ein bisschen PvP-Elementen war eigentlich ganz witzig. Und dann die Ogerperlen. Der Erfolg, Owei Kurenai, genau. Die Talburgs. Ach, Junge. Hab's geliebt. Beste Mounts in BC neben den Neterrochen. Auch sehr schön bei der Himmelswache, ne? Neterrochen, Neterdrachen, Talburgs. Also, da hatte man schon gut zu tun auch, ne? In Sachen Reittiere. Also, da war TBC wirklich schon recht fresh am Start, muss man sagen. Oh, jetzt hier schön mit der laute... Junge. Der weicht meinen Tönen aus. Frechheit, ja. Talburgs ist richtig, genau. Nicht Talburgs. Da haben einige durcheinander gebracht. Ja, gut, so ein paar Dreher, ne? Das kann passieren. Aber Talburg ist richtig. Jawohl. Gul'dan hatte keine Macht über die Fellmagie. Er war nur süchtig nach Apfelpopcorn. Und dann war das alle und direkt schlechte Laune, ne? Man kennt das. Sitzt man zu Hause am Rechner. Was denn? Schon Feierabend? Und die Runs laufen nicht so gut und dann nicht mal irgendwie was zum Konternaschen da. Frechheit, Junge. Frechheit. Jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsfrage von dieser Karte. Und diese Lieblingsfrage lautet... Oh ja, das ist unsere vorletzte Frage. Und auch die kann man beantworten. Man kann aber auch sehr schnell daneben liegen. Das ist so ähnlich wie neulich. Da hatten wir die Frage, wie viele Finger haben Murlocs? Heute ist die Frage aber, wie viele Arme hat Lady Vash, unser Naga-Endboss aus dem Echsenkessel-Raid? Vielleicht das noch als genereller Hinweis, aber ich glaube, die gute Dame kennt man. Grotzig sagt vier. Viele sagen vier. Es sind sechs. Ah! Es sind tatsächlich sechs. Ja. Ich hätte auch dolle überlegen müssen. Vier, sechs oder vielleicht sogar acht. Boah. Schwierig bei diesen Naga-Hexen, ne? Zumal es ja auch durchaus einige unterschiedliche Naga-Hexen-Modelle gibt. Aber Lady Vash tatsächlich sechs Arme. Das ist aber eine Frage, wo es meiner Meinung nach keine Schande ist, auch falsch zu liegen. Weil da haben die wenigsten nachgezählt, bilde ich mir ein. Da haben die allerwenigsten rangezoomt und mal richtig nachgezählt. Es gab zu TBC, vielleicht war es auch schon Richtung Votika, ein cooles Video, was für damalige Verhältnisse also richtig topaufwendig war. Und in diesem Video hat jemand einfach ikonische Raid-Bosse mit ihren Zitaten zusammengeschnitten. Waren dann so mit epischer Musik im Hintergrund, kamen die so nacheinander reingefahren wie so ein Sidescroller. Und dann war halt so, water is life. Und dann ging es so rüber zu Lady Vash, Echsenkessel, wie so eine Drohnenfahrt, ne? Keine Ahnung, wie die das damals aufgenommen haben. Vermutlich auch mit irgendwelchen Kamera-Add-ons oder so. Und da hatte ich sie jetzt im Kopf, ey. Ich weiß nicht, ob das irgendwer noch kennt. War damals eins der ersten großen WoW-Videos, die so in meinem Umkreis immer rumgeschickt wurden. Und, oh, cool, jetzt können wir auch mal die Raid-Bosse sehen und wissen, was sie so erzählen, ne? Und war dann so auf übertrieben episch eben zusammengeschnitten. Gingst zu Keltas rüber, ne? Der da seinen Energy-Power-Monolog hält und so. Und dann hat es, glaube ich, geendet mit Illidan, wenn es nicht noch Richtung Votika weiterging. Ja, und das war so der frühe WoW-Content, ne? Das war so, bevor dann die ersten Let's Plays und Co. aus dem Boden schossen, da hat man ein paar coole Boss-Zitate zusammengeschnitten, Mann. Sehr, sehr wild. Also laut meiner Freundin bin ich mit 1,75 Körpergröße ein Erdmännchen. Na, gucke, dafür hast du aber sechs Arme oder so. Das hat sie gesagt, während sie mich mit einem Baguette verprügelt hat. Das ist aber wenigstens eine leckere Strafe, oder? Dann kannst du es ja, wenn du demnächst Hunger hast und das richtig timest, dann kannst du ja einfach in deinen Mund dich schlagen lassen und dann beißt du direkt ab. Das geht auch. Dieses Cyberpunk-Video habe ich auch gesehen, ja. Das war auch sehr cool. Absolut. Offensive der zerschmetterten Sonne liebe ich bis heute. Ja, das war mein erster Titel, den ich mir erfarmt und dann gekauft habe, ne? Der nochmal irgendwie 1000 Gold gekostet, was eine Menge war für mich damals. Der Titel Mieber von der zerschmetterten Sonne, ja. Ist auch wirklich ein geiler Titel, oder? Dafür, dass man den relativ leicht bekommen hat. Von der zerschmetterten Sonne, also das ist schon eine Ansage. Den hatte ich auch richtig, richtig lange auf dem Main. Das Modell im Abenteuerführer hat vier Arme. For real? Oh, warte, ich gucke auch mal. Also, kann sein, dass sich die Karte irgendwann mal irrt. Ne, ich such mal Lady Vash. Da ist sie schon. So, Bilder. Oh, da haben wir irgendwo ein offizielles. Also, hier ist ein offizielles Artwork von dem TBC Classic Release. Da hat sie sechs Arme. Da hat sie sechs. Hat sie Ingame weniger? Mal Draxos Modell? Da sehe ich auch nur vier gerade. Oder hat sie welche noch hinterm Rücken verschränkt oder so? Ich sehe da auch erstmal nur vier, aber die offiziellen Artworks haben mehr. Wieso denn das jetzt? Hat sie noch welche an ihrer Hüfte runterbaumeln? Oder sehen wir die schlicht und ergreifend nicht? Hmm. Merkwürdig. Merkwürdig. Haben wir das Hearthstone Artwork irgendwo? Kann man es da erkennen? Ah, kacke, da sieht man es auch nicht richtig auf der Karte, ne? Das ist ja spannend. Okay, also alle offiziellen Blizzard Artworks, die ich finde, da hat sie sechs Arme. Aber Ingame hat sie vier. Wir einigen uns auf fünf, genau. Wir treffen uns in der Mitte. Vielleicht hat sie die verloren wie so eine Eidechse, die dann aus Angst ihren Schwanz abwirft oder so. Junge. Ich weiß es auch nicht. Das ist ja interessant. Sehr cool, dass ihr nochmal geschaut habt. Siehste? Aha, aha. Das große Treiben um Lady Varsch. Sehr interessant. Na gut. Tja, dann war das gar nicht mal so falsch, wie ihr gedacht habt, weil ihr habt es anscheinend irgendwann mal richtig gesehen, ne? Wow. Dann erklärt das, warum so viele vier geschrieben haben. Und irgendwie, ja, ist dann anscheinend fünf richtig. Wäre nicht das erste Mal, dass Ingame-Modelle anders dargestellt werden. Messerfaust hat seine Faust auch auf der falschen Seite im Raid. Das stimmt. Ja, sowas passiert gern mal schneller, als man gucken kann. Da hast du recht. Sowohl auch hier. Aus Gründen vielleicht damals technisch nicht so einfach umzusetzen gewesen, oder, oder? Im Trailer von Black Temple sind auch noch vier zu sehen. Da hatten sie ja auch die Ingame-Modelle genommen, ne? Spannend. Vielleicht gab es da tatsächlich Probleme. Habe ich aber noch nie gehört von diesem Diskurs. Habe ich noch nie mitbekommen, dass das irgendwem aufgefallen wäre, in so einem Ausmaß. So ähnlich wie mit der Obstverkäuferin neulich wieder. Siehste mal. Ich habe jetzt einige Bilder mit sechs Armen gefunden. Genau, also die Bilder, die Artworks, ja. Da ist sie mit sechs, aber Ingame. Auch in den Sequenzen? Wohl nicht. Tja. Das Ingame-Bild auf Wowhead hat sechs. Aha. Warte mal. Wowhead. Lady Vash. Haben sie ihr durch irgendeinen Fehler, durch irgendeinen Zwischenpatch, stecken wir das jetzt auf, aus Versehen zwei Arme geklaut oder so. Junge. Und in Maldraxxus war sie ja auch. Kam die Änderung mit Shadowlands? Aus Gründen? Da war sie ja auch wieder dabei, ne? Da hatten wir sie ja als Spionin vom Haus der Augen. Da habe ich aber auch bloß nicht auf ihre Arme geschaut. Merkwürdig. Also die Quellen sind sich da uneinig, Freunde. Die Quellen sind sich uneinig. Mystisch. Tja. So kann es gehen in der bunten Welt von Azeroth, ne? Cool. Dann können wir uns absolut sicher sein, dass nicht mal Blizzard weiß, wo sie genau hinwollen. Ich habe einen bösen Plan. Aber immerhin haben wir einen bösen Plan. Oh, lecker Gürtel, aber auch lecker Brustrüstung, ey. Billige Weste des Kurzleisters, da sehe ich mich. Nehmen wir mit. Craft deckt auf. Ja, die Mythen der Welt auf Wahlkraft. Komm gleich Carsten Stahl noch um die Ecke, ne? Und dann prügeln wir Lady Vash einfach zusammen, bis sie die Wahrheit ausspuckt. So sieht es aus. Das untere Paar ist nur hintereinander. Ah, schau mal. Jetzt wird es interessant. My Loveless mit der 39. Vielen Dank. Es sind auch sechs im Trailer. Man muss aber ganz langsam Bild für Bild rangehen. Zwei liegen fast übereinander. Das heißt, die sind so dicht aneinander designt, dass man auf dem Screenshot ohne Bewegung das gar nicht erkennen kann, weil die so überlagert sind. Aha, das heißt, sie haben es nicht vergessen, umzusetzen oder reingeschissen, sondern sie haben sich sehr wohl an den offiziellen Artworks orientiert. Aber die Arme sind eben am Modell so rangepappt, dass man es falsch sehen kann. Clipping-Fehler durchs Transmog. Ja, die arme Lady, oder? Hero, Hallöchen. Das ist ja der Wahnsinn. Sieh mal. Das war verdammt gute Detektivarbeit von euch, Leute. Das muss ich ja so sagen. Das habe ich nämlich auch auf keinem der Bilder erkannt. Ich gucke jetzt noch ein drittes Mal. Ob ich nicht doch eins finde, wo man diese überlappenden Arme sieht. Aber das ist tatsächlich nicht so einfach, ne? Spannend. Ah, doch, hier. Doch, doch, doch. Bei dem Wow-Hit-Bild. Oh, no way. Wow, ich verlinke euch das gerade mal. Oder nee, noch besser. Noch besser. Ich blende es euch gerade mal ein. Gebt mir eine Sekunde. Während wir gerade auf dieser Mission sind, dann blende ich es einfach ein. Pass auf, bevor wir jetzt hier stundenlang rumlegen können, mache ich einfach einmal diesen hier. Und dann, dann, dann gucken wir uns das mal hier, ne? Das war die gute Detektivarbeit. Jetzt waren ja einige hier, holla, verdammt gut dabei, dass wir die auch richtig würdigen können mit der Auflösung. Das ist ja der Wahnsinn. Seht ihr mal, was so ein WoW-Quiz auslösen kann? Da ist sie nämlich, unsere Lady Varsch. Und man könnte erst mal meinen, das sind eindeutig vier Arme. Aber schaut mal, auf der von uns linken Seite, da sieht man diesen Arm mit dem Dolch. Und dann rechts von dem, seht ihr das? Da hängt der andere so dahinter, so ein bisschen. Ja, so als würde das Transmog schlippen, ne? Wie es so ist. Da sieht man es tatsächlich relativ gut, wenn man eben weiß, worauf man achten soll, ne? Da, dieses Paar Arme, da erkennt man es sehr, sehr gut. Spannend. Also, ich verstehe, warum es da Probleme gibt. Ja, ich meine, auf der anderen Seite, da sieht man so ein bisschen diese Verdickung der Hand, weswegen da vermutlich der andere hinterhängt. Aber man könnte jetzt natürlich sagen, wenn man hier das mit dem Armband so ein bisschen ausblendet, dann könnte man sagen, nee, nee, ich sehe da nur fünf. Also, sehr interessant. Leute, wir waren live dabei beim großen Lady Varsch-Skandal. Wahnsinn. Nicht schlecht. Was habe ich bekommen? Eine neue Brustrüstung. Ja, die gönnen wir uns auch. Junge, das war ja wieder absolut herrlich. Das darfst du eigentlich keinem erzählen, ne? Das darfst du keinem erzählen. Aber krass. Man sieht vier Nägel. Sie hat aber drei pro Hand, Junge. Jetzt wird es richtig wild auf der rechten Seite. Da kannst du auch an den Nägeln abzählen. Guck mal. Ihr seid doch heimlich alle irgendwie bei der Kriminalpolizei, Freunde. Erzählt mir nichts. Daki hat gleich noch Fingerabdrücke genommen. Der Nächste kommt dann mit der Taschenlampe, Lady Varsch. Wo waren sie gestern? Zwischen zwölf und mittags. Ja, da geht das richtig los dann. Krass. Seht ihr? Wenn wir das demnächst mal hören, dann wissen wir nicht nur, wo die Problematik herkommt, sondern jetzt auch, wo die Lösung ist. Ja. Auch so geht Lore entdecken. Einwandfrei. Weil das war so blödsinnig, das wird garantiert keiner von uns vergessen. Ich habe ein Bild von Baroness Varsch ingame. Da sieht man sie von der Seite. Von der Seite, ja. Die meisten sind halt auch von vorne. Die Screenshots. Das geht auch. Das Modell ein bisschen drehen. Erstmal Analysevideo, was das bedeutet. Das stelle ich mir eigentlich ganz witzig vor. Vielleicht mal so als Parodie, ne? Und dann doch warte. Was ist das dort am Arm? Könnte das ein weiterer Arm sein? Hat Lady Varsch mehr als vier Arme? Bekommt also Dragonflight mehr als vier Patches? So auf todernst, damit es Leute auch garantiert missverstehen und direkt Mutter beleidigen in den Kommentaren. Da habe ich Bock. Dante mit dem 18. Monat. Vielen lieben Dank. Okay, Freunde, bevor wir uns weiter nagertechnisch das fischige Haupt zerbrechen, würde ich sagen, wir kommen gerade zur letzten Frage. Ein erstes April-Video. Coole Idee, ja. Die letzte Frage lautet. Auk und sein Krokilist Schnappschlund können in welchem Kataklysm-Dungeon gefunden werden? Auk, der heißt wirklich so. Auk und sein Krokilist Schnappschlund können in welchem Kataklysm-Dungeon gefunden werden? Und das ist relativ einfach, wenn man denn der Zeitwanderung ähnlich intensiv frönt, wie viele von uns das tun. Wenn man das allerdings nicht macht und da zu Katar zuletzt drin war, dann könnte man durchaus auch in falschen gedanklichen Ecken landen. Aber, ich glaube, das ist hinzubekommen, die Kanalisation von Sturmwind, ganz genau. Sehr gut. Einfach kurz in die Kanäle rein oder mal einen Fuß reinhalten und dann wird das. Also wenn das mal Draxos-Modell nur vier Arme hätte, würde ich mir doch einreden lassen, weil durch das Verwesen sind zwei abgefallen. Ja, wir haben damals welche abgeschnitten, als wir keinen Bock mehr hatten auf ihre ganzen Ätzler drumherum und so. Das könnte auch sein. Und Darkie sagt, nein, er ist nur ein guter Spanner, äh, Beobachter. Jaja. Überbeobachter sogar. Ganz wichtig. Eine gute Frage für die Q&A-Runde auf der BlizzCon, Junge. Machen die Entwickler direkt Feierabend, ne? Dann ziehst du dir noch ein rotes Shirt an, machst dann auf Red Shirt Guide 2.0 und dann kannst du dabei zusehen, ey. Hilfe. Ich weiß nicht, ob Grotzig gerade da ist oder ob wir jetzt so lange sind. Lady Varsch auf den Leim gegangen sind, das Grotzig eingeschlafen ist oder ob er gerade noch überlegt. Da ist er. Sehr gut. Wollte schon sagen. Gerade ist verdächtig, ne? Gerade war er so schnell immer. Boah, keine Ahnung. Na, hab in Qatar nicht viel gespielt. Aber, das weiß ich gerade echt nicht. Wahrscheinlich Deathwing Amnesty oder so. Die Amnesie, ne? Könnte auch sein. Ja, viele hatten den richtigen Riecher. Uldum, Tolvir, die verlorene Stadt der Tolvir. Ein sehr schöner Dungeon. Ich war da wirklich gern, muss ich sagen. Auch heute noch. Auch heute drehe ich da noch gerne meine Runden, muss ich sagen. Ja. Aber, Grotzig, das war doch keine Runde der Schande, würde ich sagen. Da hast du doch sehr gut abgeliefert. Und deine Karte hat die legendäre Lady Varsch-Diskussion in Gang gebracht. Also, noch besser kann man es ja eigentlich gar nicht wuppen, oder? Noch besser geht es fast gar nicht. Und ich habe vor lauter... Ich versuche noch eine Aufgabe. Lady Varsch, vergessen meine nächste Quest zu starten. Das war aber auch aufregend, ne? Junge. Ganz aufgeregt, dann nachher die Mutti anrufen. Mutter, Mutter, heute im Internet, ne? Haben wir diskutiert, war kurz Stehstand. Keine hat mehr gequestet. Alle haben Lady Varsch gegoogelt, Junge, und auf die Arme gesucht, ja? Nicht gesucht, sondern gesoomt natürlich. Und im Google-Hauptquartier mussten sie Meldung machen. Meldung machen beim Oberchef, beim Super-CEO. Sir, wir bekommen gerade pro Sekunde 3000 Anfragen für Lady Varsch. War das da los? Stand die Welt einmal still. Im Intervibs. Ist so. Echt, die Kackini, die habe ich nie gemocht. Vielleicht deswegen, ja. Da sind wir dann die Gegensätze, ne? Vielleicht deswegen. Wenn man die ganze Instanz im Kopf hat, wo sie liegt, Mechaniken und alles, aber der doofe Name. Ja, der fällt einem dann nicht ein. Der Klassiker, oder? Der Klassiker. Don't you guys have four arms? Auch schön, genau. Das neue Lady Varsch Mobile Game. Auch eine Möglichkeit der Vorstellung, ne? Hervorragend. Hast du die Vorstellung des neuesten Pokémon mitbekommen, aus dem ersten DLC? Die Hintergrund-Story dazu ist wie immer sehr verstörend. Die habe ich mir tatsächlich noch nicht gegeben. Ne, ich habe den Trailer sehr gefeiert. Guten Abend. Und die offiziellen Artworks und so gesehen, aber Story habe ich mir noch nicht gegeben. Das werde ich mal schön nachholen demnächst. Grotzig, jetzt kannst du deiner Tochter sagen, ich bin ein Lore-Gott. Genau. Kannst sie fragen, ob sie eigentlich weiß, wie viele arme Lady Varsch hat. So, nämlich, ja. Der Allwissende, er kehrt zurück zur Familie. Sehr gut. Nun bringe ich meine Tochter ins Bett. Sie sagt, habe ich gut gemacht. Na, gucke. Wunderbar. Es ist passiert, ihr habt vorhin so vom Apfel-Popcorn geschwärmt, dass ich mir einmal Apfel und Strawberry bestellt habe. Ja, Ehre. Ist ja auch immer eine kleine Gönnung. Mein Code gibt ja auch nochmal 15% auf die Bestellung. Ist ja fast geschenkt. Ja, so ähnlich wie unser Shakes and Fidget-Code. Zur Erinnerung, wenn ihr auf EU6 anfangen wollt, einfach oben auf das Plus. Unten zum Coupon. Hier drüben, genau. Und dann Craft12354 minus EU6. Bekommt dann noch Ballacki-Coins und ein Mount. Deswegen sind wir ja auch relativ schnell bei den Quests. Und dann läuft das, Siva. Dann hoffe ich, kommt es zeitnah an und dann schmecken lassen. Jawohl. Kehrt um, Eindringlinge. Siamar darf nicht befreit werden. Da kickt es direkt im Hinterkopf, ne? Ach, boy. Schön die Zitate-Ecke. Ich glaube ja, dass Lady Varsch Bobby darstellt und die Arme seine Gier. Er versucht immer zwei zu verstecken. Ja, hi, wir sind die Mitarbeiter. Können wir gerechten Lohn bekommen? Nee, ich habe selber nicht genug. Ja, aber du versteckst auch zwei Arme voller Gold, oder? Nee, nee, nee. Könnt ihr im Internet gucken? Ja. Ich habe nur vier Arme, leider. Ich würde euch gerne was geben. Sorry, ja. Ich sehe doch den riesigen Rubin-Blitzen hinter deinem Rücken. Du hast ja noch zwei Arme. Nee, das ist optische Täuschung. Ja, da dürft ihr euch nicht drauf verlassen. Das will das Internet, dass ihr das glaubt. Aber ist gar nicht so. Hier seht ihr es. Und dann hält er so ein Screenshot hin, wo die Arme sich perfekt überschneiden. Und dann, tja. Ja, was willst du machen, ne? Was willst du machen? Das ist der Lady-Varge-Komplex. Das nennt man so auch im Gericht, ja. Werden ja regelmäßig solche Verhandlungen geführt. Da ist die Lady-Varge-Strategie dann eine sehr beliebte. Okay, Freunde der Sonne, wir haben, wir haben, wir haben noch zwei Karten auf jeden Fall. Die hatte ich für unsere üblichen Verdächtigen. Ist jetzt nur die Frage, ist denn einer der üblichen Verdächtigen? Okay, Shion, ja, super, Timing, Bruder. Ich muss gar nicht weiterreden. Timing, sehr, sehr schön. Okay, dann kommen wir mit einer weiteren Karte in die nächste Runde rein. Und diese nächste Runde für Shion, die startet natürlich mit einer Geografiefrage. Und diese Frage, sie lautet, Blutmythos-Insel und Azurmythos-Insel, die befinden sich an der Küste welches Kontinents? Das ist, glaube ich, durchaus lösbar. Ich meine, Dream ist jetzt am Zittern. Küsten, Kontinente, gibt es da überhaupt Transmog? Drehnei erstellen, Startgebiet-Questen, das ist schon ziemlich tricky. Aber ich glaube, die aktiveren Spieler, die sagen, Mexiko, völlig richtig. Ja, Kalimdor, genau, close. Ich meine, liegt auch dicht beieinander, ne? Aber Kalimdor war gesucht, völlig richtig. Dann, eine weitere Frage, die wir jetzt ein bisschen ummodeln müssen. Sie lautet, welches Volk der Allianz kann kein Jäger sein? Welches Volk der Allianz kann kein Jäger sein? Oder konnte, ist ja schon ein bisschen her. Ja, und da hatten wir ja lange Zeit tatsächlich nicht so viele Hunter. Und ich würde, ich glaube, zwei gelten lassen von den alten Völkern. Ja, von den alten Völkern, würde ich sagen. Weil, das ist ja MOP-technisch gewesen. Da hatten wir zwar auch schon ein bisschen mehr, ne? Aber es beschränkt sich auf die alten Kollegen. Menschen, genau, und Gnome. Jawohl, also Menschen konnten echt lange keine Jäger sein, was total weird war. Und Gnom konnte auch erst deutlich später dann zum Jäger werden. Absolut richtig. Ansonsten, was hatte Shion zuerst gesagt? Volk, ja, da haben wir es noch nicht weiter eingegrenzt. Darum, genau. Gesucht war der Gnom und auch der Mensch. Hallo. Der musste erst mal noch eine Weile warten. Erst mit Katar. Sehr merkwürdig. Nun gut. Die nächste Frage, eine Storyfrage. Sie lautet, die Nachtelfen und die Drachenschwärme standen den Armeen der Kirage in welchem Krieg gegenüber? Haben wir auch ein Hörbuch zu? Die Nachtelfen und die Drachenschwärme standen den Armeen der Kirage in welchem Krieg gegenüber? Ein Krieg, der, glaube ich, ingame so überhaupt nicht thematisiert wird. Abgesehen von einigen Auswirkungen, das Ende betreffend. Aber ein Thema, das durchaus in den Büchern, glaube ich, immer mal wieder Platz gefunden hat. In Sturmgrimm bilde ich mir beispielsweise einen, aber hat eben auch eine eigene Kurzgeschichte. Ja, der Krieg der Sandstürme. Ganz genau. Krieg der Sande ist dann die kürzere Form. Vollständig ist es der Krieg der Sandstürme. Vor den Toren von Arne Kirage nennt sich die Kurzgeschichte dazu. Ist, glaube ich, auch wirklich eine der kürzesten Kurzgeschichten. Die geht, glaube ich, keine halbe Stunde. Also die kann man sich dann auch nochmal einverleiben, wenn man sich da fit machen möchte. Aber genau, richtig. Menschen. Der einzige Mensch, der es geschafft hat, war Nathanos. Das stimmt, Nathanos. Der war ja sogar so skilled, dass er die Waldläufer von Silbermoon hat doof aus der Wäsche gucken lassen. Auf einmal schießt der Mensch besser als die Ranger von Silbermoon. Na, da war was los, Junge. Das hat die ganz besonders gefreut. Dann hat da Silvanas noch schöne Augen gemacht. Junge, der war beliebt. Der hatte richtig viele Freunde. Dann kommen wir zur nächsten Frage, die da lautet. Münzen der Urahnen können während welchem Weltereignis erhalten werden? Hatten wir neulich sogar schön gemalt bekommen in der Einskribbelrunde. Münzen der Urahnen können während welchem Weltereignis erhalten werden? Mondfest. Völlig richtig. Ist es nicht aber auch schon wieder wunderbar nerdig und ein bisschen krank, dass man nicht nur diese virtuellen Feiertage alle kennt und vermutlich auch noch ungefähr weiß, wann die stattfinden, sondern man kennt auch die Währungen dieser Feiertage? Junge, manchmal vergesse ich, welcher Wochentag ist, aber Mondfest mit Münzen der Urahnen ist gar kein Problem. Ah, Junge. Danke für nix, VioW. Frechheit. Der Gong ist immer noch mein Hass. Konnte nicht zum Event, weil PC zu schlecht war. Ja, weil wirklich jeder, ne? Weil wirklich jeder mit am Start war und alle wollten irgendwie da sein zu diesem Eventabschluss. Und ich weiß nicht, ob es da wirklich Videos noch zu gibt, aber wenn, es ist halt eine Lagshow. Eine Lagshow. Okay, zwei Fragen haben wir noch für Shions. Karte. Die erste davon lautet, Die königliche Beraterin Lady Catrana Prestor schürte Konflikte im Königreich von Sturmwind, bis sie als welcher schwarze Drache entlarvt wurde. Die königliche Beraterin Lady Catrana Prestor. Welcher schwarze Drache könnte das wohl gewesen sein? Hm, auch so ein Ding der Geschichte für viele total basic, ne? Onyxia natürlich eine Drachendame, die uns seit sehr, sehr langer Zeit bei den verschiedensten Raids und Geburtstagsevents und so immer wieder begegnete, ja? Das war in Rekordzeit auf jeden Fall. Aber auch da als Neujahrsspieler, ne? Da hat man ja gar keinen großen Kontakt mehr zu. Vielleicht siehst du mal einen Drachen von Onyxia als Maun. Gigabyte, Junge. Der wahre Verräter, ne? Hütet euch vor Gigabyte und vor Green Lanterns Licht. Dann haben wir am Ende dieser Karte eine wunderbare Frage, die so ein bisschen an eine anknüpft, die wir vorhin in ähnlich schöner Ausführung hatten. Sag mal, treffe ich den auch? Na, wollte ich sagen, Bruder. Bamm. Weg mit ihm. Die letzte Frage lautet, welche sind drei der fünf Ressourcenpunkte im Arati-Becken, an denen Spieler um die Kontrolle kämpfen? Wir suchen also diesmal nicht auf der Insel der Eroberung, sondern wir suchen Stützpunkte, Ressourcenpunkte im Arati-Becken. Ich glaube, die kann man tatsächlich ein bisschen einfacher zusammenziehen, weil Arati-Becken ist ja, seit es WoW-PVP in dieser Form gibt, ein bisschen omnipräsenter. Dann haben wir immer wieder das Kinderspiel-Event, wo wir gegen KI-Gegner in den Kampf ziehen, ja? Schmiede, Stelle, Hof, Mine, Sägewehr. Guck mal, er kommt aber aus der Kanone geschossen bei einigen jetzt hier hintereinander. Zack, zerab, jawohl. Das ist ein bisschen einfacher als die gute alte Insel, ne? Das ist natürlich absolut richtig. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, liebe Leute. Shion, das war doch eine saubere Runde. Aber weißt du auch, wie viele Haare ein Eber im Wald von Elfen hat? Nee, das ist glücklicherweise heute keine Frage hier. Ja, das vermute ich auch ein bisschen schwieriger nachzuzählen. Aber, aber, wer wollte denn noch? Seppo, glaube ich, oder? Seppo, du kamst vorhin noch rein und hatte, wow, da sind tatsächlich einige Tipps dabei. Guck mal, guck mal, guck mal. Ey, Junge, ist aber sehr beharrt bei Zunjala gewesen, der letzte Eber. Aber, ja, vielleicht, ne, wenn der schon ein bisschen älter ist, dann ist der Eber einfach ein einziger Bart. Ein laufender Bart, der wie so ein Teppich dann durch den Wald rennt, ne? Snowy hat auch gefragt, ja, ich glaube, wir kriegen euch beide easy hin, tatsächlich, Snowy. Oder musst du los? Dann können wir eventuell zeittechnisch euch beide noch tauschen oder so. Ansonsten haben wir ja noch Zeit bis halb neun, ne? Ich glaube, so lange, wenn nicht wieder ne Lady Wasch-Frage dabei ist, dann kriegen wir euch, glaube ich, beide wunderbar hin. Dann sollte das nicht das Problem sein. Du hast Zeit. Super. Dann fangen wir mit Seppo einfach an. Und dann kommt Snowy hinterhergerückt. Ausgezeichnet. Null Haare. Jeder weiß, dass das Nackteber sind. Hm, Kirosho hat das für uns untersucht. Ja, wir wollen nicht ins Detail gehen, aber da wurde geforscht. Okay. Hey, Seppo, deine erste Frage. Wie lautet der Name der neutralen Goblinstadt in Winterquellen? Wie lautet der Name der neutralen Goblinstadt in Winterquellen? Kennt man eigentlich? Jetzt mit dem Kalimdor Cup, wo man ja Drachenrennen in den alten Gebieten hat. Ist man auch immer mal wieder am Umfliegen. Aber hat man sich auch gemerkt, wie das hieß, weil... Ah, da bist du ja. Ich sag mal, so bekannt wie ein Beutebucht ist es natürlich dennoch nicht, ne? Die Stadt in Winterquellen. Bei der Opening Night hat es gerade einer echt auf die Bühne geschafft und ins Mikro gerufen, wann kommt GTA 6? Ey, Mann, wirklich? Da war Security zu langsam. Oh, Junge. Okay. Wow. Einfach wow. Die ewige Warte, und das ist richtig, jawohl. Die ewige Warte habe ich sonst eigentlich nur bei deutschen Ämtern oder wenn ich bei Meckes mal wieder zu viele Gutscheine auf einmal benutze, aber die ewige Warte gibt es auch in Winterquellen. Völlig richtig. Das heißt, wir können gleich zur zweiten Frage springen. Da bin ich mir nicht sicher, ob Seppo das weiß. Die ist wieder ein bisschen, naja, besonders schwerer Natur, könnte man sagen. Nachtsäbler sind die Reittiere welchen Volkes? Boah, das ist ja Hardcore-Shit, oder? Da müsste man schon sehr auf dem Schlauch stehen, um jetzt zu sagen, boah, Nachtsäbler, was könnte das denn für ein Volk sein? Vermutlich irgendwas mit Tag, oder? Tagnome oder guten Tag, Oger oder so? Hm, schwierig. Man hatte einen Pulli an, wo drauf stand, Austin 316, was so ein Fanartikel von Stone Cold Steve Austin ist. Ah, gucke, Junge, wurde direkt in die Lore-Analyse gegangen von dem Dude, oder was? Hey, Mann, direkt der Faktencheck. Wild. Tauren ist die Antwort. Die falsche, ganz genau. Die ewige Schwarte, ja, die habe ich auch am Körper. Die wird auch immer bleiben, glaube ich. Die Nachtelfen, natürlich. Unsere Nachtelfen. Die Tagzwerge hätten es auch sein können, aber die Karte ist bisher ein bisschen gnädig. Und auch die dritte Frage. Ist tatsächlich eher gnädiger Natur? Aber wenn ich es richtig sehe, dann wird es danach zumindest in Teilen ein bisschen asozialer. Seppo, einen hast du also, Isi, noch. Wer ist die dunkle Fürstin und Anführerin der Verlassenen? Das sind so Fragen, wo man sich dann erst mal ein bisschen verarscht fühlt, ne? Im Vergleich zu, wie viel Arm hat Lady Varsch? Junge, jetzt so. Wie heißt das Spiel, zu dem die Fragen sind? Wie heißt, wie heißt Varian mit Vornamen? Ist es A, Varian? Oder ist es B, Kindergarten? Ist es C, deine Mom? Ja, es ist natürlich Sevanas. Das ist absolut richtig. Mittlerweile, Gunnar, trickt so ein bisschen rum. Verisa, wir haben ja die eine Zeitriss-Variante tatsächlich. Da bist du, ja. Durch die Portale, die wir jetzt mit 10.1.5 tatsächlich haben. Da ist ja eins nach Arzelite, wo die Geißel gewonnen hat. Und genau, laut Zeitriss, Verisa, ja, die tricky Antwort, ansonsten Sevi, klar. Sevanas, also das weiß man durchaus. Bibi Blocksberg, auch so eine Möglichkeit. Also bei McDonalds kann man auch ohne Gutschein ewig warten. Das hatte ich befürchtet. Samstagnacht um 2 Uhr mussten wir 45 Minuten aufs Hutter warten. Fastsuit ist was anderes und das nach 10 Stunden Autofahrt. Ich meine, 2 Uhr ist natürlich schon eine spezielle Zeit, aber genau das macht diese Läden ja häufig auch irgendwie aus, oder? 45 Minuten, Heiliger. Okay, das ist wahrlich unschön. Sehr, sehr unschön. Aber, das Gute ist, wir haben noch eine wunderbare Frage. Und die lautet, Schnapp, Knorri und Zähnchen kann man beim Angeln fangen. Alle gehören zu welcher Art von Haustieren? Schnapp, Knorri und Zähnchen sind welche Art von Haustier? Und wenn ich mich nicht völlig irre, kann man die sogar mittlerweile über Zeitwanderung bekommen, ohne Angeln. Weil man ja beim TBC-Händler, jetzt momentan in Schatt, da kann man so ein Eimer mit Angelschätzen kaufen oder so, ich glaube für 150 Marken. Und da kann auch allerhand Scheiß drin sein. Zum Beispiel diese Haustiere, die es sonst nur in diesem täglichen Angelsäckchen gab oder so, ne? Tja, aber was sind das für Haustierchen? Was für eine Art von Haustier ist da denn? Ich habe schon wegen 4 Minuten Warten Gratiseis bekommen, haben sie euch den Laden überschrieben. Ja, die sind einfach abgehauen, ne? Haben so Besitz übertragen und sind weggerannt. Geil. Es sind Groko-Pokémon, Wasser, genau. Aquatische Haustiere. Kann man bei dieser Frage, denke ich, auch antworten. Sie wollten Grokolisk hören, also Kroki, Groko wie auch immer, völlig richtig. Und aquatischer Natur. Absolut richtig. Weiß jemand, wo ich das Taregosa-Mount finde, wenn ich die Quest-Reihe fertig habe? Wenn du diesen Bonuspunkt mit dem Stabträger gemacht hast, dann müsstest du es nochmal in deiner Sammlung haben. Aber auch nur, wenn du das zum einen mit dem Stab erquestet hast und auch auf dem Tja bist, der dann den Stab trägt. Also das ist weiterhin ein bisschen spezieller gebunden. So wie die nächste Frage, die da lautet, Oh, jetzt bin ich gespannt, ey. Das ist böse. Scheiße. In welche Kreatur, Seppo? In welche Kreatur verwandelte sich Muru im Sonnenbrunnenplateau, als Helden von Azeroth ihn bekämpften? In welche Kreatur? Sie wollen den Namen sogar. Boah. Ich meine, das war ein sehr spezieller Fight, ne? Sehr speziell Odin, richtig? Aber ich glaube, den Namen hätte ich mir auch nicht gemerkt. Scheiße. In welche Kreatur verwandelt sich Muru im Sonnenbrunnenplateau? Der war, glaube ich, auch sehr lange sehr heftig, dieser Fight, ne? Da haben viele lange Zeit geschwitzt. Und Seppo weiß es? Alter, Kirosho weiß es auch. Entropius, heftig. Also da hätte ich struggeln müssen. Da war ich sehr lange nicht in Sunwell. Sehr häufig gegenüber in der Terrasse, ja? Weil da kannst du ja ein bisschen rüberschauen jetzt während Zeitwanderung. Fand ich auch immer sehr cool, dass man von der Terrasse der Magister rübergucken konnte. Zu den Dämonen, die da schon rumflitzen, ja? Es waren ja auch richtig fette Viecher. Aber Entropius war böse, der Fight. Gerade wenn man den noch so böse aus damaligen Tagen in Erinnerung hat, ja? Dann knallt das natürlich ordentlich durch. Holla. Da gibt es eine Bonus-Quest. Ja, wenn du diesen Lego-Stab aus den Feuerlanden hast, wo ja die Essenz vom blauen Drachen Tarigosa drin war, dann kriegst du noch eine Zusatz-Quest. Und dann kriegst du auch dieses Mount, was sonst nur mit dem Stab benutzt werden konnte, als Extra-Mount quasi. Was ja auch viele Spieler immer gewünscht haben, weil man sich nur mit dem Stab verwandeln konnte in den Drachen. Und da kannst du es dann quasi als Extra-Mount bekommen. Wenn ihr den Stab aber habt und die Quest fertig und es ist trotzdem nicht da, dann einfach Spiel neu starten. Ja, einmal re-loggen, ne? Das kann dann in der Tat auch helfen. Genau, das sollte den Missstand beheben. So. Warte, habe ich jetzt bekommen? Nette Schuhe. Ja, Junge, können wir ein bisschen hier in den Cashflow rein. Geil. Da sehe ich mich. Dann nehmen wir die EP hier auch noch mit. Sehr gut, sehr gut. Okay, das war sehr, sehr cool, dass da die Antwort kam. Das heißt, wir kommen zur letzten Frage. Und die letzte Frage für Seppo lautet, In welchem Dungeon können Spieler über 10.000 Jahre zurück in die Zeit reisen, um Königin Achara und Manoroth zu konfrontieren? Welcher Dungeon ist gesucht? Über 10.000 Jahre reisen wir zurück in die Zeit und besuchen Achara und Manoroth. Definitiv einer der Zeitreise-Dungeons, der, glaube ich, über die Jahre am ehesten in Vergessenheit geraten ist. Damals, als er aktuell war, aber sehr beliebt. Auch in Teilen sehr knackig und vor allem natürlich interessante Loa auch gewesen. HDZ6 meine ich. Oh, da müssen wir durchzählen. Dann müssen wir durchzählen. Vier war Straat. Dann kam Endzeit, oder? Und dann kam der Brunnen. Ja, der Brunnen der Ewigkeit. HDZ6. Ja. Sonnenbrunnen hast du noch gesagt. Ist jetzt durcheinander gekommen. Aber ich glaube, sogar mit der 6 hast du recht. Odin war es diesmal ausnahmsweise nicht. Man hätte es nicht ahnen können. Aber ganz genau. Der Brunnen der Ewigkeit. Wo man auf Illidan warten musste, dass er diese Rauchbomben wirft. Damit man dann durch die Dämonenpatrouillen durch konnte. Und dann musste man irgendwie die Ätzler an der Seite umroffeln. Und am Ende dann hin zu Manoroth. Und eigentlich war man ja da, um die Drachenseele zu klauen. Damit man die dann im Drachenseelen-Raid gegen Todesschwinge benutzen kann. Und, boah, Junge. Zeitreisen, ne? Zeitreisen in WoW. Immer wieder eine Freude. Aber Seppo hat diese Karte auf jeden Fall solide durchgerockt. Muss man sagen. Sehr schön, sehr schön. Und später bei Azshara dauernd verbackte. Ja, das war dieser Kampf, wo sie ihre Zofen, ihre ganzen Bediensteten danach und nach reinschickte. Und die hatten dann alle andere Fähigkeiten. Und, ach, das war schon nicht ohne, ja. Das war schon nicht ohne. Da war ein tolles Easter Egg, wenn man die Illidan-Gleven getragen hat. Echt? Guck mal, weiß ich auch gar nicht mehr. Nice. Miba, mach's gut. Danke fürs Reinschauen. HDZ5 war mit Erzbischof Benediktus am Ende. Nee, oder? Wir hatten doch Stratholm. Na, Stratholm kam doch nichts dazwischen. Dann fing es doch an mit der Endzeit, oder nicht? Da haben wir dann Murosonde umgehauen. Dann sind wir in den Brunnen der Ewigkeit, um die Drachenseele zu holen. Und dann kam die Stunde des Zwirlechts, hieß der Dritte. Und das war, glaube ich, der Letzte. Darum dachte ich, du bist richtig mit dem Sechsten jetzt. Fünf war Endzeit. Und sieben? Endzeit war die Letzte, tatsächlich? Oh, damn, siehst du, dann bin ich durcheinander. Okay, dann bin ich durcheinander. Vielleicht auch, weil man mit Cutter Timewalk eigentlich nur Endzeit rennt. Geht ja auch schnell. Gebt mir mehr Endzeit, Junge. Wenn nicht gerade bei Bane der ganze Trash irgendwie failgepullt wird, dann geht es ja auch ruckzuck, ne? Endzeit war die Letzte. Wow. Habe ich null Erinnerung dran. Doch nicht. Ich habe doch recht, Seppo. Mami nicht fertig, Alter. Nee, du hast recht, schreibt da plötzlich. Seppo, Mensch, ist warm heute, ne? Ist warm heute, ja. Riggig, sei. Fight me. Okay, aber BOD-Zonen sind neben Dragonfly-Zonen einfach mit die Besten im ganzen Game. Einfach nur ganz viel Liebe dafür, die sind super, ja. Du musstest googeln und warst verwirrt. Schande, Seppo, ja, passiert den Besten. Immerhin war deine Verwirrung ansteckend. Ich war mir nämlich auch unsicher auf einmal. Aber gut, immerhin konnten wir es in wenigen Sekunden dann doch nochmal richtig drehen. Das ist doch schön. BOD-Zonen waren wirklich super. Also dieses Wilde hat mir sehr gefallen. Überall hat es so eine irgendwelche fetten Elite-Gronn oder Genesaurier oder sowas rumrennen, ja. Dazu das Ganze mit den Ghani-Fähigkeiten jedes Mal. Und das war wirklich ein schönes Erlebnis, fand ich. Und weil die Zonen eben auch gut und weitläufig designt waren. WOD habe ich immer gern gelevelt, ja. Dazu die Ghani dann als Sammel- und Rückzugspunkt. Wenn man das Verpackte von den ersten Tagen und Wochen weglässt, dann, ja. WOD bin ich bei dir. Bin aber auch der Meinung, dass Benediktus der Letzte ist. Wir sind mit Thrall und der Drachenseele auf dem Weg zum Wörmruht-Tempel, ne. Genau, ja. Deswegen war ich auch verwirrt. Seht ihr da? Am Ende war sogar die Verwirrung verwirrt und jetzt haben wir es wieder richtig. Sehr gut. So kann man easy gewinnen. Snowy, mein Lieber, bist du da? Dann suche ich dir noch eine wunderbare Karte raus. Und dahan, dahan, dahan sind wir auch schon fertig, glaube ich. Es sei denn natürlich, Snowy brettert jetzt ganz easy binnen zwei Sekunden durch die Fragen. Dann können wir wieder noch eine gemeinsame zum Schluss angehen. Auf der Suche nach einer Aufwand. Aber erstmal nach der Verwirrung starten wir noch eine schöne Quest. Und Snowy ist da. Ja, dann. Kommen wir zur ersten Frage, die da lautet. Welche Zone ist die angestammte Heimat der Tolvier und wurde wegen der Ereignisse des Kataknismus geöffnet? Das war auch eine schöne Anfangsquest, ne. Da stand ja dieses Kamel rum. Wie hieß das? Die Wüste Gobi. Und auf der Wüsten durfte niemand reiten. Darum musste unser Charakter dann laufen. Und dann wurden wir da ja begrüßt an diesen, wie hießen die, nicht Grummel, sondern Pygmen, glaube ich. Der Pygmen-Stamm, Uldum, völlig richtig, hatte auch eine sehr schöne Intro-Quest. Allgemein, haben wir neulich drüber gesprochen. Intro-Quests in Katar. Die haben mir auch sehr gut gefallen. Haben, finde ich, sehr stimmig die Zonen eingeleitet. Und hatten entweder ne Menge Witz dabei oder ne Menge Bedrohliches, ja. Wie in Hial mit Todesschwinge und Raggi, der dann einfach wiederkam. Damn, son. Uldum war es in diesem Fall. Das heißt, die nächste Frage, ja, die ist aber auch, denke ich, easy zu beantworten. Welcher Beruf kann Wetzsteine erschaffen? Welcher Beruf kann Wetzsteine erschaffen? Finde ich aber nach wie vor auch toll, dass wir unsere Waffen irgendwie mit dem Blut von irgendwelchen Raid-Bossen benetzen können, so auf Illusionsbasis, ne. Und dann kommt der Nächste und macht so mit dem Wetzstein die Waffe ein bisschen scharf. War nicht immer geil, wie sich diese, ich sag mal, Standard-Fantasy-Sachen, ja, mit diesem High-End-WOW-Shit so ein bisschen beißen. Finde ich immer wieder durchaus amüsant. Der Schmied, völlig richtig, ja, der Schneider, der Schneider dir einen Stein, Junge. So engmaschig genäht, kannst du Waffen mit scharf machen. Stabil. Ich hab zur WOD damals auf dem Offiziellen angefangen zu spielen und damals auch regelmäßig gestreamt. Bisher tatsächlich mein Lieblings-Add-On, auch den Raid Hochfeld, fand ich sehr, sehr gut. Einer meiner Lieblings-Raids, der hat mir viel Spaß gemacht, weil er auch so offen war, ne. Die Hinleitung war ganz geil, Orks, Ogre, diese Feindschaft da, wo du schön ausgespielt haben, war ja auch. Eine sehr schöne Kurzgeschichte, die ich auf meinem YouTube-Kanal einlesen durfte mit Grommasch, ne, und dem Kaiser. Ein sehr cooles Feeling einfach gewesen, ja, fühle ich. Auf welchem Server ist die Gilde in Shakes and Fidget? EU4, bilde ich mir ein, kann ich gerade gucken? Ohne die, ich kann ja kurz überspringen, warte mal. Wir haben ja genügend, genau, auf EU4 ist unsere Gilde, die ist aber auch häufig voll, ne. Also wenn Leute zu lange offline sind, dann sortiere ich auch gerne aus, aber das kommt in letzter Zeit echt selten vor. Darum kann es sein, dass ihr ein bisschen warten müsst hier und da, aber an sich sind wir auf EU4. Weil es jetzt der neue Server ist und es da ein bisschen Startbonus gibt, bin ich auf EU6. Da wird ein bisschen nebenbei gelevelt, mal was anderes ausprobiert, ja, aber sonst die 4. Die große 4. Wir müssen die Wüste durchkämmen mit dem großen Kamm, Junge, das war auch schön bescheuert, ne. Wenn nicht wissen, wie solche Szenen tatsächlich meinen Humor geprägt haben auf lange Sicht. Ach, Junge. Ich werde bekloppt, da gab es die Asche in der Kiste von BT. Geil, Oblivion, geht's steady. Ja, scheint natürlich schon ein Rare-Drop zu sein, aber wir hatten jetzt ja auch die Woche 6 Runs und 3 Mal, glaube ich, Alar gedroppt, ne, aus dieser Bonus-Kiste. Also, ja, kann man mal machen. Sehr cool. Wir kommen zur dritten Frage. Es ist auch wieder so eine Frage, so ähnlich wie mit Sylvanas so hin. Denkbar, dass diese Frage zu MOP-Zeiten, wo auch diese Charaktere nicht so präsent waren, dass sie da eine gewisse Schwierigkeit mit sich brachten, durch Shadowlands und auch Dragonflight. Die Frage lautet, wer ist der Schwarze Prinz, Nachfahre von Todesschwingel? Wer ist das? Richtig lang her, dass wir von dem gehört haben, ne. Wer könnte das sein? Boah, schwierig. Der Schwarze Prinz? Keine Ahnung, ey. Schwarze Drachen allgemein, oder? Hatten wir in letzter Zeit super wenig mit zu tun. Glutal. Odin ist es, jawohl. Unser Wächter Odin ist eigentlich von Todesschwingel erschaffen worden. Würde mich mittlerweile auch nicht mehr wundern. Ganz ehrlich, wenn Odin irgendwie auch schon halb irgendeiner Verderbnis anheimgefallen ist, weil er wieder nicht klarkam, ja. Oder von mir aus von Anfang an, Junge, würde ich auch nur sagen, Odin, Junge. Odin, reiß dich doch endlich zusammen, Mann. Aber ich fürchte, er wird es nicht tun, der Miese. Der furiose Orion, oder auch Wrathion, klingt so viel besser im Englischen, der Name. Ja, es sei denn, ich spreche den aus, ne. Das ist immer die Gefahr. Aber natürlich, Furorion, unser Boy, der ist gesucht. Ganz genau. Guck mal, mit musikalischer Untermalung heute. Großartig. Mechelshorn, mit dem dritten Monat für den Twitch-Deal. Ehre, vielen lieben Dank. Was haben wir denn hier noch Schönes? Oh, wir haben wieder einen über den Durst getrunken, ne. Junge, so lange bin ich doch gar nicht unterwegs. Drathion, ja. Das ist sogar noch schlimmer, als ich es ausgesprochen hätte. Drathion, Junge. Aber so richtig schön die Zunge dabei rausstrecken. Auch als offizieller Synchronsprecher, damit es wirklich möglichst bekloppt klingt, ne. Schön. Ich habe gerade Orion als Orion gelesen. Der Prinz der Oreos. Ja, das war auch schön, oder? Du, da hätte er aber auf jeden Fall kein Problem mit der Beliebtheit, ne. Da ist er immer gern gesehen. Obwohl ich ein bisschen Angst davor hätte, wie seine Drachengestalt dann aussieht. Aber Hauptsache sie schmeckt, oder? Kommen wir zur nächsten Frage. Diese Frage ist sehr speziell, aber glaube, die kann man erahnen. Also die Antwort. Revan Frostwind erlaubt Spielern der Allianz, welches Reittier zu kaufen. Und das ist, glaube ich, so eine Frage. Entweder dann macht es direkt Bopp, direkt Klick, oder man ist verloren. Ich glaube, es gibt nur die beiden Situationen. Sicherlich wird es so ein paar Ausnahmen geben können, wo man dann irgendwie versucht, ewig drüber nachzudenken. Dann geht so alles durch und dann, ah, Kernerinnerung freigeschaltet. Aber der Wintersebler, ganz genau. Frost, Wind und Allianz, ne. Winterquell, Frostsebler, ganz genau. Das ursprüngliche Allianz-Pendant von einem wirklich sehr schönen Kätzchen, wie ich finde. Das Gegenstück zum Gifthaut-Ravasaurus für die Horde der Raptor, den man auch über mehrtägige Dailies dann im Krater von Angoro ja freischaltet. Genau, genau. Ist wirklich ein schönes Reittier. Also das ist ja so ein Punkt, den ich als mittlerweile Main-Hordler mit am meisten vermisse aus meinen alten Allianz-Tagen. Diese verdammten geilen Säbler-Mounts, ne. Da muss ich auch sagen, ähnlich wie bei den Talbuchs finde ich das Ursprungsmodell von den Säblern der Nachtelfen tatsächlich geiler als die, die dann in HD an der Dunkelküste und so droppen konnten. Aber die sind alle fancy, dennoch so mein altes Main-Herz, ja. Das hängt so an diesen fetten Säblern mit diesen riesigen Zähnen und diesen brachialen Köpfen, Junge. Weil ich auch noch ganz genau weiß, wie ich da hingelaufen bin. Und wie ich mir meinen ersten Säbler gekauft habe. Und dann lagen sie da alle um den Händler drumherum. Sag mal, treff ich heute... Was ist denn das? What? Was bin ich sehend? Alter! Danke! Junge, was war denn mit dem Alligator los? Hat er denn eine Sprungfeder im Hintern und ist irgendwie durch einen Sumpf und ich konnte ihn nicht treffen? Oder was zum Teufel? Da bist du ja... Naja, auf jeden Fall Nachtsäbler. Ja, Winterquellfrostsäbler, sowas. Beste Leben. Die sind auch nicht ausgewichen die ganze Zeit, ja. Die waren einfach cool mit mir. So nehme ich. Frechheit. Deswegen ist mein Standard-Mount der Spektraltiger. Ah, gucke. Da ist noch eine besondere Note mit dabei. Sehr gut. Dann kommen wir zur vorletzten Frage von und mit Snowy. Die Frage lautet... Der Donnerkönig ist ein Mitglied welches Volkes Pandarias? Der Donnerkönig. Boah, wenn man von dem noch nie gehört hat, ne? Dann ist es halt, glaube ich, sehr schwierig, das richtig herzuleiten. Aber ich glaube, Snowy und auch viele andere haben vom Donnerkönig schon mal gehört. Haben den vielleicht schon mal umgehauen. Kennen dieses Volk sehr genau aus den verschiedensten Passagen. Und darum ist halt, glaube ich, kein Problem. Die Klacksie, ganz genau. Der Donnerkönig ist eine Heuschrecke. Mogu natürlich, ganz genau. Die Mogu sind gesucht. Thron des Donners auch ein sehr interessanter Raid gewesen. Wo ich noch heute Angst habe, wenn ich an die Tage denke, wo ich da aktuell wirklich drin war. Und wenn ich an die Tage denke, wo wir versuchten, da die Erfolge zu machen. Also da gab es auch wirklich regelrecht Gewitter im Discord. Oder Teamspeak damals noch. Weicht er gerade wieder so oft aus. Aha, jetzt aber. Na komm, Schelle. Dankeschön. Hattde ich so ein bisschen Angst, ne? So ein bisschen Angst, dass der Raptor genauso ein Arsch ist wie der Alligator von gerade. Aber nein. Okay, Freunde. Letzte Frage. Die Frage, ne? Das ist wirklich, ich muss es so sagen, eine würdige letzte Frage für die Runde heute. Snowy, Achtung. Wenn man das nicht weiß, dann hat man, glaube ich, WoW noch nie gespielt. Wie viele Manticron-Würfel sind in Magteridons Kammer? Na? Na? Junge, was? Warte. Wie viele Manticron-Würfel, ja, die heißen so, wusste ich auch nicht, sind in Magteridons Kammer? Wer gerade auch kurz gar nicht wusste, was das jetzt ist für Nervenzusammenbruch? Das sind diese Würfel, die man im Raid, Magteridons Kammer, deaktivieren muss, damit der Boss frei wird. Wenn er euch erinnert vielleicht, auch jetzt in einer Zeitwanderung, wenn man Blutkessel rennt und im Raum des Endbosses ist, dann kann man von daher runtergucken in den Raid und sieht diesen fetten Grubenlord Magteridonder lila schweben. Und dieses lila schweben kommt zustande durch solche, naja, lila Blitze, die von diesen Würfeln geschossen werden. Wenn man dann eben den Raid besucht und die deaktiviert und vorher die Ads tötet, die diese Würfel mit Energie versorgen, dann wird der Boss quasi frei. Aber wie viele sind es, ist die Frage. Wie viele sind es? Das ist wieder so eine Frage, ne, vorhin, wie heißt Silvanas? Wie heißt Anduin mit Vornamen, ja. Und jetzt so ein Ding, mindestens einer, well played. Aber, was sagt Snowy? Habe ich ihn schon überlesen? Nee, Snowy ist gerade noch mit so einem ganz großen Taschenrechner, springt er gerade auf den Tasten rum. Was war die Frage? Snowy, wie viele Manticron-Würfel sind in Magteridons Kammer? War die Frage. Snowy hat direkt dicht gemacht, als er das gehört hat. Dicht gemacht, Festplatte geresettet und jetzt nochmal frisch rein. Aber ich sag's ja so gern. Hör mal, ist doch so ein schönes Wort. Wie viele Manticron-Würfel sind in Magteridons Kammer? Snowy lockt schnell ein, er fliegt gerade hin zur Höhenfeuerzitadelle. Schreibt gleich wieder so. Wie war die Frage nochmal? Sorry, ich fahr gerade durch den Tunnel, ja. So richtig uncovered Cheating. Sehr, sehr gut. Nein, das hat Snowy gar nicht nötig. Er überlegt gerade, ich sag euch das. Das sagen denn die anderen? 6, 5, 7, 42, Ehre, 3? Einmal in die Diskette pusten, genau. Wie beim N64 früher, ne? Mario Kart startet nicht. In welcher Welt soll ich das wissen? 5, ne, Standard hier, hallo? Mensch, spiel mal mehr WoW, was ist mit dir? Die richtige Antwort? Es sind 5. Ja, siehste. Na, läuft doch, Mensch. Weiß doch jeder. Ganz klar. Wussten wirklich viele. Vermutlich, weil da entweder jüngst ein bisschen reingefarbt wurde oder weil man von dieser Pentagramm-Leuchtlinien-Form ausging, genau. Oder weil man TBC Classic gespielt oder früher geradet hat, ne? So nimmt man sowas ja manchmal auch unterbewusst wahr, ne? Wenn man das dann direkt hinterfragt, wie viele Ads habe ich da umgehauen? Wie viele Würfel waren da? Vielleicht hat der Raid-Leiter ein bisschen mitgezählt, ne? Also dieses Unterbewusste, ohne jetzt wirklich gezielt nachzuzählen, wenn man es auf dem Bildschirm hat. Also das kann einen ja manchmal retten bei solchen Fragen. Und auch bei Snowy hat es wieder wunderbar hingehauen. Ein Träumchen. Sehr, sehr gut. Ich habe das natürlich gewusst und wollte ablenken. Ja, das ist ja völlig klar, ne? Das war so eine Art Findel, um uns auf eine falsche Fährte zu locken, aber eigentlich weiß das jeder. Das ist ja mittlerweile, wenn du einlogst in den WoW, dann kommt ja dieser Vertrag für das soziale Verhalten miteinander und dann kommt ja direkt die Frage, wie viele Würfel sind bei Magteridon, ne? Wenn man das nicht weiß, naja, direkt Permabann. Und auch zu Rechten, muss man sagen. Läuft bei Blizzard und den neun Spielern. Komisch, dass keiner mit WoW anfängt. Sehr merkwürdig. Freunde der Sonne, damit sind wir wieder durch mit einer herrlichen Runde Shakes and Fidget. Insgesamt vier haben wir diesen Monat wieder. Ich glaube, das war die dritte schon, ne? Das heißt, wenn wir ins Hardcore-Wochenende gehen, diese Woche, dann wird da keine sein, aber zur neuen Woche werden wir dann schauen, dass wir uns nochmal einen Bund machen. Bisschen leveln, bisschen quizzen. Ob mit einem Man oder Twink, das weiß ich noch nicht genau. Vielleicht gucken wir mal, ob wir ein bisschen Arena oder Festungen ballern oder so. Das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch fürs zahlreiche Erscheinen, fürs fleißige Talken und Quizzen. Hoffe, hat euch wieder gefallen. Und wenn noch Fragen sind, wie immer, alles unterm Stream verlinkt. Ansonsten, Ausrufezeichen Shakes im Chat, wenn noch Fragen sind. Oder auch Ausrufezeichen Plan. Da habe ich nochmal schriftlich zusammengefasst, wie es dann in der zweiten Monatshälfte ungefähr weitergehen soll. Ja, und das ist so der Plan, ne? Das ist so, deswegen heißt das Command auch so, der Plan. Ansonsten nochmal der finale Hinweis auf EU6, wenn ihr da starten möchtet. Und oben aufs Plus, unten auf Coupon, Craft12354, minus EU6 eingegeben, zack. Habt der Mount und Co. für einen kleinen Start. Und dann könnt ihr hier ein bisschen rumprobieren. Mach ich ja auch gerade, ne? Bisschen mit dem Baden eskalieren. Jo, dann, Leute, habt noch einen fabelhaften Abend. Bleibt gesund. Und dann hoffentlich bis die Tage, bis morgen, bis zum nächsten Mal, wann und wo es euch so beliebt. Dankeschön. Hau da rein und Schohoos.